Markus, Marcel, wir sind gefallen. Also ich glaube, man hat uns nicht ohne Grund ausgemustert. Das denke ich auch. Aber wir geben nicht auf. Wir haben ja noch viele Schwänze. Okay, es fängt wieder von hier an. Ah, geil. Tür ist offen. Ich renne schon mal vor. Ja, Markus, renne vor. Ich block schon mal die... Oh, Tettys! Tettys ab. Ich unterstütze dich. Oh, die wollte eh muss man von mir. Toll. Tettys irgendwo hier. Keine Tettys. Doch da unten. Da unten. Ja, renne einfach vorbei. Bin nur großsichtig. Was mit der einfach in Ruhe, ihr blöden Tettys. Hier ist noch einer. Kommen wir da schon durch? Ich glaube, aber ich weiß nicht. Was ist denn in dem Bunker drin? Ja, vielleicht ist er auch nur Deko. Weiß ich nicht. Wo kommt Ellen her? Was ist dauernd? Was ist dauernd? Oh, nachladen! Ich zerschotet erst mal die Wand. Der Bär, der Tegel. So, diese Dekoschüsse, die von oben kommen, die tun wir ja nichts. Nee. Das ist bloß so. Wo die Kriegerische... Okay, Markus! Kriegsuntermahnung. Kriegerische Kriegsuntermahnung. So. Hm, auf jeden Fall gibt es keine Tettys in hier. Oh, ein Panzer! Oh! Ein Panzer! Ein Panzer! Oh, ein Panzer! Es ist ein Glas-22 auch. Na klar, Alter. Aber anscheinend ist der Typ ein kleiner... So ein kleiner Freak, ein kleiner Optimalfreak. So ein Militärfreak, der sie auskennt. Technik-Spezialist hier. So. Er ist ganz begeistert von dem Panzer. Das ist großartig. Der Klasse 22. Und ich bin hier. Ähm. Okay. Oh, Schokolade. Geil. Zack. Was ist das denn hier für eine dumme Tür? So. So, können wir jetzt Panzer fahren oder was? Eine runde Panzer fahren. Äh, Panzer fahren. Stoop! So, warte mal. Lenken, drehen und dann nur vorwärts, rückwärts und drehen. Und schießen. Auf Z schießen. Anvisieren. Ähm. Oh, direkt die Tür zerschossen. Direkt die Tür zerballert. Allradantrieb und voraus. Was steht auf dem Nummernschritt? Play for play. Was ist das denn? Ich kann irgendwann noch eine Tür zerballern. Was ist das denn? Vielleicht kann ich jetzt die andere Bunkertür zerballern. Wenn ich nochmal zurückfahre. Das kann sein. Okay, wir können aber nicht zurück. Dann kann das nicht sein. So, ich drehe mal den Panzer in Richtung. So. So. Hier komme ich dann niemals durch. Oder kann ich einfach aussteigen? Wahrscheinlich. Toll. Seid, wartest du mit dem Panzer fahren? Wo kriegt ihr, es muss auch ein Panzer sein. Aber der hat ja nur einen kurzen Auftritt gehabt. Naja. Vielleicht fährst du mit dem Ding. So. Ich halte eventuelle Nachfolge ab. Ich kau erst mal ab. Wozum? Huah. Na, ich bin dann wieder ein bisschen misstrauisch. Eine Säuregrube, wie es erscheint. Und so ein scheiß Krabbelmin-Ding. Ah, warte, ich spring kurz rüber. Dann kommt es ein bisschen angerannt und ich spring wieder zurück. Na, verputzt die da schon. Ne, da, doch. Ha, ha. Okay. Diese ekligen Geräusche, ey. Und noch mal. Und komm. Und komm. Und komm. Jetzt wird sie auch noch so giftgrün, so giftmüllmäßig. Radioaktiv. So, hopp. Und ein drittes Mal. Hoppa. Oh. Oh. Der ist früher hochregend. Ganz ruhig, komm, 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 so. Ein Hebel. Und ich drücke ihn auch gleich mal. Oh, nein. Das war nicht gut. Ähm, ähm, ähm. Oh, hoffentlich öffnet das die Tür auf der Außenin. Aha. Alles klar, ich glaube, es ist einer von diesen Lass-Legge-Momenten. Äh, ja. Scheiße! Nichts wie raus hier. Oh, fuck! Oh mein Gott! Markus! Margoten! Schneller! Oh, 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 hör! Oh. Oh. Das war knapp. Meine Schuhsohlen sind weggeätzt. Ja, mindestens. So, wartet so, jetzt die Tür hier öffnen. Wieso ist die Tür jetzt auf? Wir haben Säure, äh, steigen lassen. Halt! Schmier Schüsse. Schokolade. Lade, lade, lade. Hau, gau. Hau, gau. Hm, Kalorien. Ja, Kalorien. Das ist ja zartbitter Schokolade. Oder Diät-Schokolade. Für Conker. So, was nun? Was nun? Ich setz mal, ich muss die Brücken runterlassen. Plus wie? Schön mit Panzer rüberfahren können. Ui! Oh, hat zwar schön geleuchtet, aber hat es schlur. Oh, sogar mit Zoom-Funktion! Cool. Was ist das denn da um? Scheinwerfer, nächster! Ach, na, die Balken hat jetzt. Oder, das sind unser. Weiß ich nicht. So, runterfallen will ich jetzt nicht um den... Oh, ich schieße einfach mal gegen. Äh, ne. Na, das ist nur der Zoom-Balken. Ach so, das ist der Zoom-Balken, ja, okay. Ne, hä? Die Lampen zerschießen geht auch nicht. Die Lampen, weiß ich nicht, ob das... So. Boom! Ne, Lampe geht da gar nichts. Nicht sehr effektiv. Brücke einstürzen! Und zu Fuß weiter? Da ist ein kleiner Weg. Hier sind... Ich könnte ja mal... Hopp! Zu Fuß weiter! Den müssen wir bestimmt von hier drüben die Brücken runterlassen. Ah! Tatsächlich! Ist ja geil. Oh, manch, wie ist so ein scheiß... Teddy. Auslander, ich finde das. So ein Arsch-Teddy. Wer Granaten nach mir wirft. Mich sehr nett. Aua! Die Dekoschüsse... Aua, mein Konkar! Oah! Komplett zerfetzt! Ne, ich muss mit Panzer weiterfahren. Alter! Ne, da muss ich mit Panzer weiterfahren. Das war sicherlich ein Geschützturm. Irgendwie sowas. Autsch! Hm, gut. Wir leben noch. Zumindest kommen wir über die Brücken jetzt rüber erstmal. Jo. Zumindest die erste. So. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum-dum-dum. Hopp! Oh, nicht. Stay by you! Hopp! Tu! Aua, hey, was? Aua! Alter, hey! Da kann er nicht mal mehr laufen dabei. Alter, was zum... Alter! Fies. Warte mal, ist das die Schütze da oben, als sie so rumdreht? Ja, das ist das Ding da oben. Boah, verdammt, ey! Na toll. Auch wenn ich hier mal auseinandergenommen. Ey, echt mal. Das ist ja mal richtig übel. So, ey, ich muss jetzt mal Schokolade essen. Ich will kurz am abkratzen hier. Gibt's doch gar nicht, ey. So, dann gucke ich mal, ob das klappt, wenn ich hier kurz reingehe und wieder rausgehe, ob die Schokolade wieder da ist. Hm. Nicht, dass Andisäure ist wieder weg. Oder gar nicht, ist so viel. Oh mein Gott, das... Bingo! So. Du hast das Spiel geglitscht. Das Spiel geglitscht! Das Spiel geglitscht sich selber. So, höp! Du! So, liebst du mir echt die Schütze oben erstmal abbehalten? Oder wenigstens seine Lampe, damit du mir nicht mehr... Ey, Alter. Ey, ich bin ein Panzer, ja? Du kannst mich nicht treffen. Nee, das sieht ich anscheinend gar nicht. Nee, ist ihm scheißegal. Gut, okay. Aber zerschießen konnte es jetzt trotzdem nicht. Ey, was denn jetzt? Die Brücke ist wieder oben. Warum schießt ihr denn jetzt? Ähm... Komm, kann ich nicht mehr schwimmen? Äh, der kennt ja bestimmt nicht mehr raus. Oh, ey, ist das hier eine Scheiße. Schon wieder null leben. Ich muss wahrlich schon wieder null leben. Dann mach ich mal hier einen Self-State, um Sequenzen zu überspringen. So. So. So, jetzt ein volles Rohr. Ja, ich warte jetzt, bis das scheiß Ding sich da oben weggedreht hat. Hm. So, warte, warte, warte. Und ich kann es nicht abballern. Den Scheinwerfer? Auch nicht. Auch nicht. Alles Kugelsicher, bestimmt. Ja, Kugelsicher ist klar, so. So, jetzt. Speed. So, jetzt stell wieder rein in den Panzer. Gut. Okay, aber die Bomben sind, glaube ich, ein bisschen schädlich für den Panzer. Deswegen stürm! Was? Auseinandergenommen. Wieder mal. Jo. Panzerfahren. Panzerfahren. So, hier war doch leider der Nächste jetzt, oder? Ja. Tschüss, Mann, Wootz! Ey, was? Ey, ich bin in einem Panzer drinne. Ah, anscheinend können wir keinen Schaden. Mann, ich stay bei you, Mann, du bist dauernd. So, wie komme ich da rüber? Noch mal das selbe Prinzip, wahrscheinlich. Oh, noch Teddys. Oh, wow, 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 Wootz! Dude! Tschüss, Mann! Blöder Teddy! Ey, guck mal, wie er abdance und auszuweichen. Ey. So. So. Da fällt hier runter. Ja, der fällt hier richtig schön langsam runter und dann in Matsch. So. Kurz gucken. So, wartet. Ja, der Arschter. Na, hier drin sind wir sicher im Panzer. Hier, der Panzer sind wir sicher. Hopp. Der Typ ist mir das mal scheißegal. Boah, verdammt ey, ich dachte, ich hab schon die Springer vorbei. Oh, in Sicherheit. So, Panzer, weg. Was willst du, Mann? Boah, ey, das ist ein dünner Weg hier, Alter, das ist ein Scheiße. Ja, hast du ja gewusst, dass du hier kommst? Knapp, jetzt da weg. Boom. Den Echtwert wahrscheinlich auch eine ziemliche Herausforderung, da mit dem Panzerland zu gucken. Ja, du kannst ja Panzer fahren, Markus. Du fährst ja. So. Ich bediene nur die Kanone. Ja, der bessere Schütze. So. Boah, Alter. Siehst du, Markus, wenn wir beide beim Bund wären, würden wir das hier machen. Panzerfahrer. Tennis abknallen. So. Geschütze beobachten. Geschütze wieder beobachten. Es kommt wieder genau auf und zu. Das ist immer noch unzerstörbar. Ja, voll dumm. Oh, er kommt ein Holz-Taball, das wär auch geil. Aber, nee. So. Edelholz. So. Oh, es sind doch ein bisschen viele. Nein, Mann, auch Konka! Oh, verdumm. Muss ich jetzt alt normal machen? Tod. Halt, wartet mal. Ja, ich guck erst mal, ob ich alt normal machen muss. Ansonsten haben wir ein Six-Date. Ja, das scheiße. Ich will nicht alt normal machen. Aber warum? Eigentlich müsste es ja... Alles nochmal. Naja. Was soll's. Stoop! Wann wird der mit Mal zum Mal besser, nicht wahr? Zumindest sollte man mit Mal zum Mal besser werden. Ja, man ist immer so dumm mit dem Schütz hier. Hier schießt er komischerweise noch nicht auf uns. Vielleicht sind wir durch Nagel noch dran. So. So. Ey, was zum. Warum? Ey, haust du mal ab, Mann? Voll unfair. Hat die nochmal zurückgedreht, oder wie? Ja. Schon wieder! Mann! Der kann mich doch gar nicht sehen. Der ist schon voll weit weg gedreht und sieht mich trotzdem. Oh, wir sind ja in der Brücke verstecken. Das war nicht nur ein Hedgehort. Ich weiß ja, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass da einer kommt. Nicht abrutschen. Guts. So. So. Okay, wo ist das Geschütz? Hm, scheiße. Das ist zu knapp. Das ist mir zu heiß. Der Paar ist gleich vorbei, Markus. Ja. Und jetzt, ich will ein Ende. Oh, wir haben hier gleich runtergesucht. Das ist schon zu Ende, Markus. Wir müssen aufhören. Bis zum nächsten Mal! Ja! 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 Ja!